Willkommen zurück zu Prey, ich bin euer Fierobo und ja, wir befinden uns immer noch hier im Gartenbereich und ich habe glaube ich keine Lust zu erfahren, was das hier eigentlich, was das für ein riesen Vieh ist. Wir haben ja schon den Telepaten gesehen und und und. Was schießt ihr? Hilfe? Auf was habt ihr geschossen? Hier ist nix. Hä? Auf was habt ihr geschossen? Na, ich bin auch dein Ziel. Klingt ja einfach ein Rum zu ballern, ne? Mehrere Ziele, Loading Bay, was haben wir da? Haupt, was haben wir da? Datenzentrale, was haben wir denn alles an den Zielen? Auto-Chips, jetzt haben wir noch einen Chips, jetzt hier. Erhöht ihr Gleichgewicht? Oh, das ist eigentlich ganz gut. Tod von oben. Noch mal den raus und den rein. So, haben wir das schon mal? So, hier haben wir was. Hier haben wir noch was. Äh, was verringert die benötigte Zeit, um das Scannen abzuschließen? Das wäre schön. So, Gewächshaus. Hier ist auf jeden Fall was Blöses drin. Hier haben wir mehrere Ziele. Alles klar. Achso, hier. Oh, da war hier also der Dicke. Aber hier können wir mal recyceln gehen. Ha, wir haben doch eh keinen Platz mehr. Jetzt können wir doch direkt mal recyceln gehen. Mehrere Ziele haben wir in der Richtung. Was machen die Leute hier, frage ich mich. So, der ganzen Schrott. So, dann hier. Die Shotgun können da rein. Dann hier der Schraubenzieher können da rein. Das ist mal eine gute Pistole, ja. Das ist mal eine gute Shotgun. Das ist mal eine schlechte Pistole. So, dann sortieren wir nochmal an hier. Äh, sonst haben wir nichts mehr. Das glaube ich, finde ich irgendwie cool. Äh, wir haben 11.111 Schuss haben wir für die Waffe, lol. Gut, da können wir jetzt mal hier recyceln. Und ganz viel Material rauskriegen. Äh, was haben wir denn jetzt so? Können wir uns das angucken? Sieben haben wir jetzt von dem, was wir brauchen, okay. Äh, sieben ist besser als gar nichts, würde ich sagen. So. Was ist, was war das für ein Riesenteil? Ich hab mich auch, worauf haben die geschossen. Denn da war ja irgendwie nix. Dann wieder ein Phantom. Aua. Wow. Ich hab mich mal hier, Dreckssäcke. Status. Kann ich mir irgendwo meinen Status angucken? Ach, warte mal. Hier war doch, äh, Anti-Pille, die gegen Strahlungsrosenverstrahlung helfen. Nehmen wir mal. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder normal. Oh. Korrupte Roboter. Und was? Ich hab schon, ich kann schon irgendwie, warte mal. Äh, was haben wir denn hier für Granaten? Fangen wir mal so an, was soll das? Da haben wir null Stück von, ne? Wieso haben wir null Stück davon? Ne, fünf. Äh, Psycholabor? Ne, das will ich nicht. Das haben wir hier. EMP-Ladung. Das klingt doch gut auf der Sechs. Ich hätte euch noch irgendwas zu sein. Noch ein Phantom. Aua. Aua, du warst tot. So, ihr seht mich zwar, aber... Das braucht mich nicht jucken. Was haben wir hier? Ist auch noch ein Bereich. Eine Shotgun, okay. Was ist das? Trinken. Ja, ja, trinken. Was bist du denn hier? Äh. Besatzungsquartiere. No, kommen wir nicht ran. Okay. Zumindest noch nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, was ist das denn? Oh, guck mal, hier haben die... Pflücken wir doch mal. Die Bären. Oh, die wachsen also an Bäumen. Jetzt wissen wir auch, wo die herkommen. Das ist schön, dass man weiß, wo man die jetzt so herkriegt, die Sachen. Kleinstliches Ding für nebenbei. Kann man auch nicht rein, schade. Hier ist noch was. So, hier kann ich die Tür hacken. Okay. Okay. Ja, okay, ja, verstanden. Habt ihr denn irgendwas Tolles hier drin überhaupt? Da ist ein Waffen abgeholt. Ach, Mann, okay, Stufe 2. So, C. Und über den kleinen Umweg, anstatt über die Stromdinger. Oh, mein Gott. So, mein Gott. Alles meins hier. Waffen-Mod, was ist das? Eine Tüte, okay. Mehr haben wir hier nicht, mehr haben wir hier nicht. Okay, gut. Was ist denn hier? Eine Glucanone. Nett. Wir essen mal das hier auf. Machen wir mal sortieren und dann können wir die Glucanone auch entnehmen. So. Sehr schön. Was haben wir da? Da haben wir die Datenzentrale. Und das ist unser Hauptziel, ne? Die Datenzentrale ist unser Hauptziel. Wenn ich das richtig bekomme, oder? Ja. Datenzentrale ist Hauptweg. Guck mal, wie viel Nebenkästle platzisch haben. Alter Schwede. So, hier mal alles mitnehmen. Dann gehen wir nämlich mal eben schnell recyceln. Würde ich sagen. Diese Musik, ey. Die Musik ist echt einfach nur hart. So. Wir recyceln das hier. Wir recyceln das hier. Kann ich die Waffen mal recyceln? Tatsache. Aber, ne. So, Müll noch rein. An sortieren, neu. Äh, ran sortieren, neu sortieren. So. Tut, 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 tut. Roboter Maschine. Okay. Recyceln. Ja, gib mir alles, was ich will. So. Was haben wir denn hier? Schallgenalmte Pistole. Kostet eigentlich gar nichts typisch. Okay. Wir können Neuromods herstellen. Was? Ernsthaft? Wir können EMP-Ladung herstellen. Wir können einfach Neuromods herstellen. Wie geil ist das denn? Ich kann nur 5 Neuromods herstellen. Oh, das würde mich nicht mal zu kosten. Ach ja. Ich bin gerade furchtig verlockt. Wie viel Neuromods haben wir? Boah ey. Wir haben einen Neuromods. Habe ich irgendwas, was ich unbedingt haben will? Hier haben wir neue Sachen. Achso, habe ich noch nicht angeklickt gehabt. Okay, gut. Alter, hier haben wir alles neu. Wir können jetzt hier, bis auf den einen hier, können wir alles scannen, äh, alles lernen. Alles klar. So, hier, das lassen wir uns mal vor erst mal. Hier, die Waffen-Mod könnten gebrauchen. Hier, dass wir mehr Plätze haben, mehr Chips benutzen und so. Und Recycling könnte man eigentlich auch mal machen, dass wir mehr Recycling rauskriegen. Äh, TAP-Tag ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades, um nicht dem Stand sprechenden Tag, wie es sich jetzt sagen, über Modifikations 1 zu hinaus zu verbessern. Ja. Okay, was man das heißt mag. Oh, wie cool. Ich bin schwindsgeil. Wir können uns eigenem Öl-Romatz machen, damit es dann gewinnt, was unten rein. Machen wir erst mal die Haupt-, äh, die Nebenaufgaben. Was wir machen können zumindest. So. Ah, hier, guck mal da. Okay. Ihr seid alle gut. Okay. Nichts drin. Auch nix drin. Ja. Schaut mal hier. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts lebensbedrohliches. Entspannen Sie sich. So. Alles wieder gut. Vergessen Sie den Patienten-Fragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Haben Sie die Aufnahme frei. Oh, ich auch. Kommen wir hier hin, frage ich mich gerade. Okay, darf ich mir da so ein. Scan abgeschlossen. Okay, Schwächen-Kuh-Strahl. Neue Psychfähigkeit-Verfinder. Fix mich nicht. Wir haben schon wieder eine neue Psychfähigkeit, aber das ist klar. Sieg-Kuh-Strahl. Aha. Hi-Hi-Hi-Hi. Easy kill Lass die meine an Man kann hier durchgucken Lol Oh, was ist das denn alles dabei? Hier ist es so dunkel Okay Kann er mit mir spielen? Was ist das? Schöner Tag, oder was? Schöner Uniform Lenden Sie sich dazu bitte ans Masinienlabor So, wenn wir nichts machen, was ist es hier? Ach, ein neuer Schubsatz haben wir bekommen Oh, cool Glaub ich zumindest, dass es cool ist Kann ich hier die Scheibe einschlagen? Hallo Aha Zieh einer an Sehr schön Dann ist die Tür also nur eine Attrappe hier, oder was? Hä? Da ist ein Durchgang, aber Der Durchgang führt zu nichts Wie komme ich hier rein? Vor allem ist es ja noch Ah, da war es ja nicht da oben bei der Datenzentrale Vor allem, wie komme ich hier in das Teil rein? Frag ich mich gerade Ah ja Wie kommen wir hier rein? Ne, ich hatte gerade eine Luke Da, da liegt ja eindeutig Stuff drin Da seht ihr Das ist ein Typ Das ist ein Waffen-Mod Wie kommen wir also hier rein? Oh Mit Hebekraft Drei Oh Auf den Mod Danke Was haben wir hier noch? Ersatzteile, jede Menge Oh, wird man hier echt gut versorgt Ja gut Haben wir das Äh, alles klar Gut, dann gehen wir mal Was haben wir hier? Hauptaufzug, Lobby Alex Tresor Da oben ist Alex Tresor Oh Mehrere Ziele da Hauptaufzug Okay, wir können mal Wir fahren einfach mit dem Hauptaufzug Vorbieren wir mal So, wir bestätigen mal die Lobby So Okay Das gerade baue ich ein bisschen nach Hm, ne, tut's nicht okay Das war gerade, sah Sogar das letzte Delay gegeben Wäre natürlich scheiße Beliebige Taster Morgen Dieser Typhon ist unbekannt Ich habe eine Ich möchte jetzt auch am Schwein Okay Okay Ach, wir scheiße Elfer Elfer, Elfer, Elfer Na mal, du Medizinschaufferwärter Sprüge die Scheiße aus dir raus Teleport down Gute Arbeit Der Aufzug reagiert wieder Dieser Typhon hat sich der Hardware Und selbst der Systemsoftware bemächtigt Bis zum Maschinencode Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert Faszinierend Und erschreckend Ich kann den Code patchen Sollte kein Problem sein Nehmen Sie den Aufzug Wenn Sie schnell die Hauptdecks Der Talos 1 erreichen wollen Es gibt einen Stopp in der Lobby Und in der Lebenserhaltung Ja Und den Typhon hier Typhon konnte ich jetzt nicht Schade Na doch Ne, da Okay Öffnen Oh, schicker Fahrstuhl Lobby Lebenserhaltung Können Sie in die Lebenserhaltung gehen noch? Ne, Schlüsselkarte Jetzt können wir also auch noch Ja, das Hallo So, dann haben wir so einen Vierer Saukombon besiegt Sehr schön Uiuiuiuiui Puh Seidt so ein dicker wieder Buzzfight, ey Anführungszeichen Buzzfight Uiuiuiuiui Gut Dann machen wir weiter Ja Da wird's Warum wird uns da nichts angezeigt zu Also ich denke Mein Schütze dann wieder kaputt Okay Da kommen wir zur Leichenhalle Da haben wir das Da haben wir mehrere Ziele Wie Was haben wir denn jetzt noch für Ziele? So, wir schauen mal Suche Alex Büro Das haben wir auch nur noch Äh, finde Dr. Hauloritz Okay, die ist wahrscheinlich da drin Ich finde Josh Okay, wir müssen mit dem Skatz zurück Und dann die Leichen Dings Okay, da oben ist Alex Büro Müsstens eigentlich mal heilen Fällt mir gerade auf Man kann hier kein medizinischer Roboter rumgeistern Hä? Was haben wir hier? Stalt 5 Gesundheit wieder her Schön Stalt 5 Gesundheit wieder her Lassen wir mal auf So Was haben wir noch? Äh, Stalt 5 Gesundheit wieder her Wir haben wieder 12 Upgrades Schon wieder Meine Neuromot haben wir Kaffee So Ein paar Böhnchen Okay, gut Dann Passt das so Wir haben ja jetzt noch Generationen sollten wir eigentlich haben Ach, jetzt ist hier Miliz Diagnostiziere Blaue Flecken Abschürfungen Jetzt ist hier Milizierung Nichts lebensbedrohliches Das dauert nicht lang Egal Dann haben wir wieder einen Schnittplatz So, ich will eben schnell speichern Okay So So Was haben wir hier Blub Neuromot hatte sie wenigstens dabei Und Waffen Upgrade Ui Und jetzt Okay, ist hier noch irgendwie was? Aber guck mal was wir haben Alles entdeckt Nice Passwort Passwort von Julian Howe Oh Äh War das hier das Terminal Zufälligerweise War hier nicht im Terminal Ne, aber hier ist auch was Das haben wir schon noch gar nicht gemacht Haha Seht ihr mal Zusichertstür Verriegeln Okay Ist okay Äh Besatzung Okay Alex Ah guck mal wie sich das Alex you Wir sind normal Und Sind doch angeblich alle normal Hello and Howard Ist auf jeden Fall tot Okay Was haben wir jetzt hier Aua Ey Dieses Geräusch Was ist das denn immer Das ist furchtbar Anstrengend Nerven Und tut weh In den Ohren So Und hier ist wahrscheinlich irgendwo El Bosso Keine Ahnung Ich wollte eigentlich raus So Äh Können wir runter Das ist ein Bridge Okay Ich würde aber eigentlich hier hoch Ein paar Flügelchen pflücken Was haben wir da Sie sind abgeschlossen Weitere Proben benötigt Okay was ist Was bist du denn Da vorne sind noch Mimiken Achtung Du bist der Feuer Phantom Alles klar Und da sind Mimiken drin So haben wir die schon mal ausgeschaltet Irgendwie man einfach nicht durch die Wände hecken kann Ist eigentlich unfair Jetzt wieder Jetzt wieder Ach man Jetzt gehen wir nur kurz Da ist ihn doch Ach mann Na los jetzt scann den Scann abgeschlossen Endlich Neue Psy-Fähigkeit verfügbar Dankeschön Oh juck' Was ist noch einer Ach so ein Fiel Warte Das scannen wir noch mal eben schnell Danke Was hier nicht alarmiert wurde Das ist schon komisch Was ist hier Ach hier sind wir da Okay Interessant Können wir da irgendwie hoch Oh wir haben keine Rüstung mehr Können wir vielleicht einen Rüstungspot haben Bitte Ich geh mal hier runter Okay Geht aber Ganz schön weit runter hier Okay Wo sind wir hier Die Brücke Hm Okay Also Brücke wollen wir ja noch nicht Na gut Dann müssen wir uns wohl Oder evil mit Unseren Anzugkits helfen Nein Ich will die gerne benutzen So Wir werden alles sortieren So Wir haben drei Waffenmods noch Ei 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 Könnten wir echt was Gutes mitmachen Aber dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen noch skillen glaube ich Wir haben sogar noch welche bekommen Äh Ich würde gerne den Waffenspielmasch glaube ich machen Da brauche ich sechs Stück noch Ja so vier Stück brauche ich noch Ei 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 Mh Den könnten wir aber theoretisch machen In der Theorie Aber wo sind wir denn Guten Tag Guten Tag Wollen wir mal schnell schmeicheln Beantwortung Bei Sorgen und Fragen Wenden Sie sich an Sicherheit At Transtar Punkt Talos Ich schau Ich hatte das Ich hatte das Die werden beide aufmerksam Das ist natürlich scheiße Ich hatte euch nicht gerne beide an der Backe Einer reicht mir Nicht von euch Ach du scheiße Ach du scheiße Ich dachte ich zieh Uiuiuiui Uiuiui Ui Ui Das ist gerade hier ein bisschen dunkel finde ich So launch Was haben wir hier in der Bank Wow Wie viel ist man hier rechts in der Bank Looking Glass Looking Glass Okay Oh Okay Kann das Ding denn irgendwie aktivieren hier Das Looking Glass Machen wir es kaputt Keine Mimics Alles klar Hä Ich habe doch da gerade drauf gehauen gehabt Das hört mich doch verarschen Oder Was zum Fick Aua Sehr schön Jetzt Was polieren Hä Das ist ja gar nicht in den Karton Was war es denn dann Wo war es denn dann gehangen Frage ich mich Ich weiß man hier auch überall lang gehen kann Ach da Oben Hier kommt man lang So Da ist die Datenzentrale Wir wollen nicht zur Datenzentrale Wir gehen jetzt hier zu Ach ist natürlich Code geschützt Wir kennen den Code natürlich nicht So ein Dreck So ein verfickter Dreck So können wir den Code denn nicht Ist ja scheiße Na gut Dann würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Hotterein Ciao Ciao Das ist was you think of me It's going down like I told you This is how it's gonna be I'll be the last man standing here I'm not going anywhere It's going down like I told you I'll be the last man standing here I'm gonna rock you I'm gonna rock you I'm gonna rock you I'll have you begging for mercy Begging for mercy I'm dangerous I'm dangerous So dangerous I'm the baddest mother up in here And I'm about to make it clear It's going down like I told you It's going down like I told you I'm the baddest mother up in here Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017